Tobias, du bist ja auch verantwortlich für den Businessplan-Wettbewerb. Wie funktioniert der Wettbewerb und warum sollten Startups dabei mitmachen? Genau, also der Wettbewerb richtet sich grundsätzlich schon mal so an alle Teams und Ideen, also egal ob gegründet oder noch nicht und notwendig ist dann nur der Businessplan in Anführungszeichen. Also wir haben auch drei Phasen im Wettbewerb und auch in Phase 1 ist sozusagen ja dann auch nur ein Drittel des Plans gefordert, also Infos zur Idee, zum Produkt und zum Markt. Man kann also recht bequem einsteigen und in Phase 2 und 3 kommen dann so ein paar Kapitel dazu, aber da hat man auch noch ein paar Wochen extra Zeit dafür und kann das Feedback aus der Vorphase einarbeiten und kann auch quer einsteigen. Also das sind wie drei einzelne Wettbewerbe, die wir haben sozusagen und wir wollen da vor allem auch echt die frühen Teams fördern und dafür ist es auch super wertvoll. Wir haben mehrere Workshops zu jedem Kapitel des Businessplans, wenn man da noch nicht so im Thema drin ist und dazu gibt es in jeder Phase auch schriftliches Feedback, also hochrangige Unternehmer, VC-Fonds und Gründer bewerten dann den eingereichten Plan. Das ist auch für eine frühe Idee oder Firma auch völlig einzigartig und wertvoll und dazu gibt es am Ende auch noch eine Prämierungsfeier, bei der man dann nicht nur das Preisgeld bekommen kann, sondern auch vor allem Kontakte finden kann, sowohl zu Juroren als auch zu anderen Startups. Da haben wir auch schon tolles Feedback bekommen und auch noch Kontakt zu vielen ehemaligen Siegern und Teilnehmern. Auch aus der Würzburger Gegend haben wir da mit Intakt oder Nanostruct auch super Teams dabei gehabt, die das auch super wertvoll bewertet haben und dann die nächsten Schritte gingen. Also vor allem ein unkomplizierter und lohnenswerter Einstieg für besonders junge Ideen und Startups. Ja, also unbedingt mitmachen, wenn ihr eine Idee habt, lohnt sich immer, gerade diese Kontakte, die dadurch entstehen und die Öffentlichkeitswirksamkeit ist wirklich gut. Alles klar, danke Tobias.